Bruck an der Mur im Herzen der Steiermark gelegen, findet man dort, wo Tourismus und Sport gemeinsam einladen zu verweilen, wo saubere Industrie und Handel in historischer Symbiose leben, wo Schule und Kultur lebendige Zukunft versprechen und wo Mur und Mürz zueinander finden. Schon im Stadtwappen sehen wir eine steinerne Brücke mit zwei Türmen, eine Brücke, die verbindet Menschen, Wirtschaft, Industrie und Natur. Als Verkehrsknoten entlang der wichtigsten Handelsroute wurde Bruck an der Mur vor mehr als 1000 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Vor 750 Jahren wurde der heutige Stadtkern angelegt. Bruck hat somit Vergangenheit und Zukunft. Heute gibt es viele Gründe nach Bruck zu kommen und zu bleiben. Einer ist die gute Erreichbarkeit per Auto, Bus und Bahn. Davon profitieren alle, die hier einkaufen, Urlaub machen, die Schulen der Stadt besuchen oder ihren Arbeitsplatz haben. Fast 13.000 Menschen leben in dieser gleichsam modernen wie traditionsreichen Stadt, finden Erholung in den vielen Parks und Grünflächen, finden Arbeit bei Wirtschaft, Handel und Industrie, finden Freunde bei Kunst- und Kulturevents. Der Muren-Schalk etwa bringt jeden Sommer internationale Künstler nach Bruck an der Mur und beim Stadtfest feiern tausende Besucher in der Innenstadt, im Schatten der historischen Häuser, in Gesellschaften netter Menschen, im Ambiente einer gemütlichen Altstadt. Die vielen grünen Oasen in und um die Stadt ermöglichen Erholung und Entspannung, gewähren Familien und vor allem Kindern die anspruchsvolle und ansprechende Umgebung, um die Natur mit allen Sinnen genießen zu können. Ein Stadtrundgang durch Bruck zeigt uns noch die sehenswertesten Plätze der Handelsstadt, ausgehend vom Kornmesserhaus, dem wohl schönsten gotischen Profanbau Österreichs. Diese Bilder sprechen für sich und sie sprechen eine klare Einladung aus, Bruck an der Mur selbst zu erleben und zu besuchen.